Wir haben heute im Gemeinderat die Rechnung 2020 beraten. Ich habe die Ausgaben der Stadt Winterthur über eine lange Zeit betrachtet und musste feststellen, dass die Jahresausgaben pro Kopf von 11'300 Franken im Jahr 2011 Mittlerwille im Jahr 2020 auf 12'700 Franken angestiegen sind. Diese Entwicklung halten wir für falsch und wollen sie umkehren. Es braucht zwei Dinge dazu. Einerseits dürfen wir nicht immer mehr Aufgaben am Staat überwälzen. Und andererseits müssen wir auch schauen, dass wir im Stadtrat und auch im Parlament wieder eine Mehrheit haben, die eine effiziente Verwaltung wollen und die auch dort bereit ist zu sparen.